Oh, hast du einen Freund? Herr Schiller, sind Sie Anwalt? Oh, wirklich? Lieben, liebst Freut mich! Ich habe keine Tochter, aber ich habe einen Fisch. Ich spreche kein Englisch. Ich habe keine Tochter, aber ich habe keinen Englisch. Ja, meine Schnecke kommt aus Österreich. Ich habe keine Tochter, aber ich habe keinen Englisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020